Was ist das für die Tatsache? Was ist das für die Tatsache? Nein, das ist Schallstatter. Das ist ein tolles Schall, weil das natürlich die Fliege Tatsache funktioniert. Rechtslinks gibt es nicht. Ja, was ist denn? Nein, es gibt auch keine Mittelstelle, weil die Tatsache auch kraftvoll. Das heißt, man muss gerade selber immer dran denken, diese Tatsache zu schlagen. Wo sind die Tankanzeigen? Also, und zwar mit einem...